so wunderschön guten morgen meine lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren update video hier bei jb trading deinem youtube-kanal von trader für trader wir schauen uns gleich gemeinsam bitcoin und ethereum an ich habe etwas spannendes vorbereitet für euch aber ihr wisst bevor wir loslegen gibt gerne mal dem video schon ein like und dann geht es auch gleich los jetzt hier diese zeichnung was wir haben ich habe euch jetzt durch den einen kommentator gestern und dem video erst mal danke dafür aber für den kommentar eine theorie hat aufgestellt dass wir wahrscheinlich dass sie schließen sollten werden können ich habe es für euch hier eingezeichnet es ist dieser bereich hier von 60.700 bis 58.800 ungefähr ja es ist eine möglichkeit ich beobachte den cmi futures markt nicht ja einfach aus dem grund solche gaps können geschlossen werden müssen nicht geschlossen werden ja es ist genauso wie mit diese vector candles ja da gibt es ja den einen oder anderen youtuber wo gerne damit hausieren geht und sagt oh da ist eine vector candle die wird geschlossen oder blablabla die wird wieder gefüllt oder irgendwie sowas ja braucht man nicht meiner meinung nach wir haben alles auf dem chart wir haben alles mit unseren fibonacci kennzahlen ja also und jetzt hier jetzt dieses cmi gibt es geht hier runter und unser jetziges level unser jetziger trend wende bereich unser jetziger bullischer trend wende bereich stand jetzt liegt hier unten bei 59.700 bis 56.000 us dollar ihr seht der cmi gap ist hier in diesem bereich also wir hätten hier ein überschneidungsbereich mit dem cmi gap es würde sinn machen aber ich habe da etwas interessantes für euch wenn wir uns unseren via vp mit rein nehmen und dann sehen wir hier oben ist ja unser point of control bei knapp 67.700 767.800 wo ich euch ja schon gestern im update video gesagt habe hier oben ist der wahrscheinlichste bereich für mich persönlich ist ja nicht dass er das macht dem markt ja aber wenn wir hier hoch gehen in diesem bereich ist es für mich am wahrscheinlichsten dass wir dann von hier aus eine korrektur sehen und dann schauen wir uns auch jetzt gleich an wo das liegen könnte das neue korrektur level das ist wirklich ganz ganz spannend auch nur durch zufall gesehen aber wie gesagt danke an den kommentator jetzt ziehen wir unser fib level nach oben und sagen wir wir gehen jetzt hier genau auf diesen point of control ja und dann seht ihr es hier dann verschiebt sich unser trend wende bereich exakt ja auf den cmi gap und zwar genau in dem bereich zwischen 50er level und dem 61 8 der wahrscheinlichste bereich dass der markt wendet ja wenn ich runter geht ja wir gehen hoch und dann gehen wir runter jetzt natürlich nicht so schnell hoffe ich mal dann seht ihr es hier exakt in diesem bereich liegt das cmi gab mit unseren extensions mit unserem bullischen trend wende bereich also es ist schon eine interessante sache ja würde halt passen wie die fast auf der faust aufs auge aber was ich damit sagen will ist halt man kann auch den fokus auf zu viel sachen haben wenn man den markt einfach nur versteht und einfach nur diese fipp kennzahlen benutzt hat man in der regel ich sage es immer wieder ich bringe auch immer wieder diese beispiele ja jetzt auch mit dem cmi gap mit den vector candles ja das der markt hat halt seine bereiche und an denen er reagieren sollte und da braucht man nicht so viel augen auf zu viel sachen haben aber klar wenn man das hier nutzt wieso nicht kann man wenn man damit profitabel ist oder wenn man sich die zeit nimmt und so viele märkte oder so viele sachen beobachtet dann ist das auch okay ja im endeffekt ende des tages wollen wir alle nur profitabel sein und mehr nicht und der eine braucht da etwas mehr hilfe der andere braucht etwas weniger tools ja also das ist für mich ein beispiel oder ein szenario was wirklich eintreffen könnte dass wir sie hochgehen und dann von hier aus dann abverkaufen oder eine kleine korrektur sehen in diesem bereich und dann von hier aus den nächsten angriff richtung 70 700 us dollar nehmen was auch noch dafür spricht ist machen wir den via vp mal wieder aus dass wir hier durch diese erste impulsive abwärts bewegung ja wenn wir uns das hier dann anschauen ihr wisst ja wie wir sequenzen ausfindig machen wie wir wie wir frühzeitige trainter bereiche ausfindig machen können und das hier ist jetzt wieder sein paradebeispiel wo ich sage es passt noch nicht alles zusammen wenn wir uns hier unser fib nehmen unser extensions level und ziehen sie von hier hoch darunter zu diesem high wo wir generiert haben in den letzten stunden da seht ihr es auch wir würden hier muss ich wieder unser übergegnetes level richtig machen so dann seht ihr hier dass wir mit dem ziel level hier oben von dieser bewegung was wir hier haben würden wir hier hinkommen und zwar wieder in regionen wo einfach nirgendwo sind ja unser bullischer trendwende bereich liegt deutlich weiter unten ziele sind deutlich weiter oben also das was wir jetzt hier gesehen haben diese abwärts bewegung mit dieser gegenreaktion ergibt halt nirgendwo sinn wir würden irgendwo im nirgendwo landen und somit entweder kriegen wir jetzt hier eine stärkere abwärts reaktion ja dass wir dann so etwas hier sehen dass wir hier runter gehen zum beispiel in den bereich von 62.700 800 dann von hier aus hochgehen und dann nochmal ein level anlaufen und dann von hier aus abverkaufen das wäre ein wahrscheinlicheres szenario stand jetzt oder wie gesagt wir gehen halt tatsächlich hier noch weiter hoch und holen uns unseren point of control hier oben bei 67.700 und dann von hier aus eine korrektur einleiten in dieses szenario was wir vor besprochen haben also es ist spannend ich gehe halt auf jeden fall erstmal davon aus dass wir in diesem bereich in dieser gelben box die geht hoch bis 68.000 us dollar also knapp über unseren point of control aber da wird halt schon das szenario unwahrscheinlicher ja deswegen die 67.700 sind so ein bekanntes level wo ich sage wenn wir jetzt höher gehen ist das das wahrscheinliche szenario das wir dann von hier aus dann weiter nach oben nach unten korrigieren werden ja ich sage nicht dass es passiert es sind nur für mich wahrscheinliche szenarien dass wir korrigieren werden ist für mich relativ sicher und zwar dann in diesem trendwende bereich kommt auch darauf an dann wie weit wir jetzt noch hoch steigen da wird sich auch natürlich der trendwende bereich nach oben hin etwas korrigieren aber wie gesagt dass sie nachher dann irgendwann in die richtung von 60.000 laufen ist sehr wahrscheinlich und ja wie gesagt mehr kann ich euch zu bitcoin nicht sagen auch auf den kleinen time films haben wir ja gerade gesehen es macht keinen sinn gerade diese abwärts bewegung schauen wir mal was der tag bringt stehen keine relevanten daten für heute an somit ist das hier eigentlich relativ schnell erklärt einfach abwarten einfach abwarten ich werde wahrscheinlich hier oben bei 677 werde ich nochmal eine kleine short eröffnen gucken wir mal unsere letzte short wurde ausgestoppt das ist ja nicht schlimm wir sind in großen long position drin von dem her sind es nur peanuts wo wir da hier verluste einfahren so gehen wir noch auf ethereum auch bei ethereum hat sich nichts verändert sind wir übergeordnet etwas bullischer als bei bitcoin wir haben schon bei ethereum dieses level des 78.6 mehrfach angelaufen wir haben mehrfach liquidität darüber abgezogen aber wir kriegen keinen verkaufsdruck rein das heißt umso höher wir steigen ja wir können es auch natürlich bei ethereum höher steigen wenn bitcoin auch Richtung 67.7 läuft dann wird es einfach bei ethereum das bullische szenario weiterhin bekräftigen bestätigen weil da wenn wir auf jeden fall diese heiß rausnehmen bei 3530 us dollar ungefähr dann wird sich auch unser trendwende bereich nach oben verschieben und somit würden wir dann hier sogar bei ethereum in einer kleinen korrektur würde ich mich dann sogar nochmal neu positionieren für ein long für einen kurzfristigen long mit ziel level dann in dem bereich von 4500 us dollar ungefähr also es sieht alles gar nicht so schlecht aus auch wenn wir jetzt kurzfristig bearish sein sollten könnten aber wir sehen auch hier bei ethereum stand jetzt haben wir ein neues high und dieses neue high hat stand jetzt noch nicht zu einem neuen low geführt somit bleibt es einfach abzuwarten liebe leute auch hier aus diesem bereich können wir natürlich eine korrektur einleiten auch die würde jetzt schon fast sinn machen ja der bereich liegt ja hier unten oberhalb von unserem entry also alles easy sieht alles gar nicht so verkehrt aus was der markt hier macht habe ich vergessen natürlich größer zu machen alles also schauen wir mal wie gesagt es kommt noch kein verkaufsdruck rein eventuell steigen wir wirklich noch etwas hoch bevor wir dann die kleine korrektur sehen ähm ja gibt sonst nicht viel zu berichten liebe leute ich wünsche euch dann in dem sinn einen schönen donnerstag glaube ich haben wir heute ja donnerstag das ist echt schlimm ähm ja einen wunderschönen donnerstag für euch genießt die zeit heute soll es sehr warm werden wir werden heute ab 12 uhr ungefähr werden wir ins freibad gehen heute mal wieder ähm und dann sehen wir uns zum nächsten update video wie gesagt lasst ein kostenloses abo da ein kommentar und ein like falls euch dieses video gefallen hat und dieser content euch gefällt diese unterhaltung was ich euch biete und da sehen wir uns auf jeden fall zum nächsten update video euer joe macht es gut und ciao ciao leute